Das ist die Anna aus Deutschland. Der Flüchtling. Sie geht jetzt mit uns in die Klasse. Herzlich willkommen, Anna. Woher weißt du, dass Papa ihn nicht leiden kann? Euer Vater schreibt seine Meinung sehr deutlich in der Zeitung. Ich will hier aber nicht weg. Das will ich auch nicht. Also, so wie es aussieht, hatten alle berühmten Menschen eine sehr schwere Kindheit. Was soll das denn werden? Ein Kalender. Ich kratze jeden Tag ein Kästchen ab, bis wir wieder heimfallen. Letzten Dienstag sind sie da mit einem LKW gekommen und haben eure Sachen abgeholt. Die Deutschen sind von allen guten Geistern verlassen. Vielleicht spielt Hitler jetzt gerade Mühle mit meiner Spiele-Sammlung. Hoffentlich ist er lieb zu meinem Kaninchen. Das riecht nach alten Socken. Und wenn ihr weiterhin immer nur von Deutschland träumt, dann werdet ihr viele wunderbare neue Sachen verpassen. Und macht das dir nichts aus, Flüchtling zu sein? Doch. Aber ich find's auch ganz interessant. Lernot de Futur, das sieht wie. Sonté. Lernot de Futur, Sonté. Sonté. Bei mir dann, Luga-et, Enggassen. Au revoir, rue de la Victoire. Das gehört zu meiner schweren Kindheit dazu. Du wirst immer mein kleines Mädchen bleiben, Hörsterme. Jetzt können Max für mich eines Tages doch noch berühmt werden. Bonjour Madame. Mein Name heißt aber Frau, glaub ich. Au revoir Madame.